Für eine gute und leckere Küche braucht man Kräuter, Wildkräuter oder Küchenkräuter. Sie schmecken gut und verfeinern dein Essen. Es gibt verschiedene Sorten, zum Beispiel Basilikum, Bohnenkraut, Dill, Fenchel, Knoblauch, Koriander, Kümmel, Meerrettich, Melisse, Petersilie und Pfefferminze. Ein paar Sorten brauchen Sonne, die anderen suchen lieber Schatten. Nun kommen wir zum Thema Nährstoffe. Kräuter brauchen eher mehr, manche aber auch eher weniger Nährstoffe. Jedes Kraut hat seinen Lieblingsplatz in der Kräuterspirale.